Hallo und herzlich willkommen zurück. Eben noch waren wir genau hier und schon sind wir wieder hier. Ich war in der Zwischenzeit wie gesagt bei Moira und habe mein Inventar ein bisschen ausgemistet. Das heißt, wir können jetzt losstarten. Wenn ich auf Gegenstände gehe, seht ihr auch was ich meine. Hier 85 von 250 und zwar nach wie schon eigentlich in der vorletzten Folge versprochen. Underworld, die Ghoulstadt. Auf geht's. Damit herzlich willkommen bei mit Fuchsi Dux Oetla Fallout 3. Gut, dann sieh da. Kaum zu glauben. Ein Glatthautbesucher. Wow. Von ihrer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Und damit geht's einfach mal rein. Wo bin ich? Sie sind in Underworld, Glatthaut, dem einzigen sicheren Ort für Ghoule in ganz DC. In dieser Parallelwelt leben wir. Von den Menschen vergessen. Die Mutanten lassen uns in Ruhe und die Sklavenhändler kommen normalerweise nicht so weit in die Stadt rein. So schlimm ist es also nicht. Die stählende Bruderschaft ist unser einziges Problem. Es sei denn, wir bleiben hier unten in Underworld. Hier sind wir sicher. Was hat die stählende Bruderschaft für ein Problem? Das frage ich mich auch gerade. Diese Schweine. Sie scheinen uns von Supermutanten nicht unterscheiden zu können. Vielleicht ist sie ihnen auch nur wurscht. Sie sehen uns und schießen. Zum Glück schießen sie meistens daneben. Trotzdem, Ghoulhasser. Muss das sein? Eine Stadt voller Ghule, was? Richtig. Und solange sie uns nicht belästigen, belästigen wir sie auch nicht. Sie können jederzeit kommen und gehen. Handeln, schlafen. Egal was. Stellen sie nur sicher, dass sie keine Probleme angeschleppt bringen. Denn sowas brauchen wir hier nicht. Genießen sie also ihren Aufenthalt, Glatthaut. Dezenter Rassismus. Okay, ich werde mich mal umschaffen. Genießen sie ihren Aufenthalt, aber versuchen sie hier nicht alles in Grund und Boden zu schießen. Wir haben hier unten ein recht angenehmes Leben. Und so soll es auch bleiben. Okay, was machst du hier in der Gegend, Wimtrop? Ich? Ich halte jedes Stück verrosteten Vorkriegsmüll hier einsatzbereit. Bei uns laufen Licht, Wasser und Belüftung über den alten Schrott, der diesen Ort damals für die Touristen in Gang hielt. Bisher lief das Ding noch. Naja, ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Wieso? Was ist los? Dort, wo wir gefahrlos hinkommen, haben wir schon so ziemlich alles Altmetall aufgesammelt. Wir kratzen hier verzweifelt die letzten Reste zusammen. Verdammt, bald muss ich noch den armen alten Cerberus ausschlachten, um Teile zu bekommen. Hey, sie kommen doch viel rum, oder? Hören sie zu. Bringen sie mir alles Altmetall, das sie finden. Ich habe verschiedene Sachen zum Tauschen hier. Wir können hier ein Geschäft machen. Wir haben hier Sachen, die wir nicht brauchen, aber eine Glatthaut wie sie kann vielleicht etwas damit anfangen. Okay, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Klar, Windtrop. Ich denke schon, dass ich helfen kann. Gut, das höre ich gern. Kommen Sie einfach wieder zu mir, wenn Sie etwas Altmetall gesammelt haben. Sie können fast überall Sachen finden. Ja, okay. Ausnahmsweise breche ich hier ab, das wissen wir schon alles. Ähm, kannst du meine Sachen reparieren? Kannst du mir das über Underground erzählen? Was kannst du mir über Underground erzählen? Wir wurden vor rund 50 Jahren unter die Erde getrieben. Unter den Supermutanten, Biestern und verrückten Menschen da oben ist es zu gefährlich. Und so bleiben wir hier, außer Sichtweite und sorgenfrei. Manchmal tauchen hier ein paar Glatthäute auf, aber die meisten hier trauen ihnen nicht. Sie werden uns doch wohl nicht noch mehr Gründe liefern, ihresgleichen nicht zu trauen, oder? Hab ich nicht vor. Ich muss los. Nicht vergessen. Ich freue mich immer, wenn ich Altmetall kaufen kann. Jep. Passt. Dann starten wir gleich mal mit Cerberus. Achtung, Achtung! Zivilist auf dem Deck! Aha, du bist hier der Wachhund. Ich bin Cerberus. Es ist meine feierliche Pflicht, die Bewohner von Underworld vor allen Gefahren zu schützen. Seien es fremde oder lokale Gefahren. Ja, ich bin der Wachhund. Was kannst du mir über Underworld erzählen? Hier leben nur friedliebende Gule. Ihre Engstirnigkeit lassen sie besser vor der Tür. Sie sind wie Menschen. Sie fühlen, sie leiden, sie bluten. Sie verdienen dieselbe Liebe und denselben Respekt wie jeder andere Mensch auch. Vergessen sie das nicht. Jedenfalls haben sie mich programmiert, das zu sagen. Ich persönlich denke, sie sind ein Haufen verwesender Badenzüchter. Und ich würde sie alle zurück zur Hölle schicken. Verdammte Kampfsperre. Okay, also wenn wir die Kampfsperre aufheben, ist Underworld Geschichte. Wenn wir es würden, tun wir aber nicht. Jemals draußen gewesen, Cerberus, im Ödland. Negativ. Ich wurde programmiert, stets vor Ort zu bleiben. Im Falle feindseliger Aktionen reagiere ich mit tödlicher Geballt. Los, Underworld, los, Gule, juhu. Verdammtes Weich-Ei-Zombie-Programm. Ich muss los. Patrouille wird wieder auf. Hallo. Verdammte Kampfsperre. Rassismus, wo man nur hinsieht. Hallo. Okay, das sind alles Ansässige, die nicht mit uns reden. Outfitters. Okay, das dürfte wahrscheinlich ein Klamottenladen sein. Ich mache mal ein bisschen Licht hier, wenn ich darf. Gut, hier kann man knacken. Ne. Und stehlen, das werden wir aber tunlichst nicht machen. Wir sehen uns hier erstmal um. Was haben wir hier denn für eine Tür? Winthrop's Terminal. Verschlossen, okay. Wie gesagt, wir werden hier jetzt im ersten Schritt mal sicher nichts klauen. The Chop Shop. Hallo, Dr. Barrows. Okay. Wilder Gull. Die Kronkorken nehme ich mal mit, wenn ich darf. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Hallo, Krankenschwester Graves. Willkommen beim Ausschlachter. Ich bin Krankenschwester Graves, Dr. Barrows' Assistentin. Lassen Sie sich von dem Namen hier nicht täuschen. Der Doktor ist sehr gut, was Verletzungen, Verstümmelungen und Traumata angeht. Falls Sie Stimpaks oder Blutpakete brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay. Tschüss. Was heißt, Sie heilt uns nur? Dr. Barrows zu Ihren Diensten. Was bringt Sie zum Ausschlachter? Hoffe, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Frische menschliche Proben kann ich immer gebrauchen. Nein. Was heißt hier frische menschliche Proben? Sie kennen mich nicht. Ich bin die führende Kapazität im Bereich der Ghoul-Evolution. Ich möchte wissen, was in uns vorgeht. Irgendetwas hat uns zu dieser verwesenden Gestalt verdammt. Und ich habe vor, herauszufinden, was es ist. Ich brauche also menschliche Hautproben, Organe und andere Bestandteile, um stichhaltige Experimente durchzuführen. Paar Raider? Tut mir leid, ich möchte alle meine Proben für mich behalten. Schade. Na gut, was kann ich für Sie tun? Ich kenne da ein paar Raider, die wir als Proben gebrauchen könnten. Okay, also hier können wir uns heilen lassen. Das ist die herrühbere Tür, das dachte ich mir schon. Dann haben wir hier die Outfittery, oder? Ja, genau. Hallo Tulip. Oh, ein Mensch. Hallo. Willkommen bei den Underworld Outfitters. Es ist schon so lange her, seit ich einen Kunden hatte. Was gibt es über Underworld zu berichten? Nun, es gibt da unten jede Menge alter Merkblätter und dergleichen. Ich habe so gut wie alles gelesen. Okay, was war das für ein Ort, bevor die Gule hier einzogen? War mal ein Teil des Geschichtsmuseums. Die Ausstellung, die sich dort befand, befasste sich mit dem, was nach dem Tod passiert. Die Hölle und so. Viel davon befasste sich mit dem alten Buch, das verlorene Paradies. Darin geht es um einen Kerl, der zur Hölle fährt. Ein sehr interessanter Stoff. Ich habe in einem der Hinterräume einen großen Karton mit Kopien des Buches gefunden. Hier, nehmen Sie eine. Niemand sonst ist daran interessiert. Danke, Tulip. Wie sind denn die ganzen Gule hierher gekommen? Nach dem Krieg waren es anfangs nur ein paar Leute. Dies war einer der wenigen Orte, der nach den Bomben nicht einstürzte oder brannte. Ich glaube, dass Carol eine der wenigen ist, die zu der Zeit hier waren. Aber im Laufe der Jahre sprach es sich herum. Es gab überall kleine Gruppen Gule. Das hat heute allerdings nachgelassen. Die meisten von ihnen wurden wild oder kamen hierher. Sicher gibt es draußen noch einige, aber die meisten sind so schlau, nach Underworld zu kommen. Okay, ist das so tief in der Stadt nicht gefährlich? Nein. Die Supermutanten lassen uns in Ruhe. Die gibt es ja nicht mehr. Ich denke, dass das, was sie tun, um Leute in einen von ihnen zu verwandeln, bei uns nicht funktioniert. Die stählerne Bruderschaft schießt auf uns, wenn wir draußen im Freien sind, aber hier unten lässt sie uns in Ruhe. Ein paar Mal haben sich Raiders und Sklavenhändler hier blicken lassen, aber Sharon und Cerberus und alle anderen haben sich um sie gekümmert. Ich denke, wenn es drauf ankommt, ist das Leben außerhalb der Gesellschaft eine gute Sache für uns. Okay, das ist alles, was ich wissen muss. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Falls ihnen irgendeine Rüstung nicht das Leben retten sollte, erhalten sie natürlich eine volle Rückerstattung. Okay. Was haben wir denn hier? Ich wechsle hier mal auf die Waffen. 5,56er, give it to me, baby. Schroppatronen, give it to me, baby. Die Kampfflinte sind normale Patronen. Da sind Schrot gemeint, oder? Wir werden es gleich sehen. 5,56 und 10 mm. Ansonsten, ich möchte jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Moment, danke. Ja, das passt erst mal. Mit so jemanden macht man gerne Geschäfte. Das freut mich zu hören. So lieb. Was machst du denn mit dem Geld, das du hier verdienst? Nun, wir haben es alles bei Carol ausgegeben. Oder im Ninth Circle. Aber da gefällt es mir nicht. Den Rest haben wir Quinn gegeben, damit er für uns Geschäfte macht, wenn er unterwegs ist. Okay, ich muss los. Und bis bald. Gut, ich glaube, damit haben wir das Erdgeschoss jetzt soweit mal durch. Interessante Stadt. Ich könnte wirklich etwas von diesem Altmetall gebrauchen. Ja, ja, wenn ich was finde, keine Angst. Brrl. Okay, Carol's Place. Hallo, Greta. Warten Sie irgendwas, Schätzchen? Ich möchte etwas über Underworld wissen. Wenn ich ehrlich bin, Schatz, weiß ich nicht viel drüber. Ich weiß nur, dass es mal eine Art Ausstellung war. Irgendetwas über die Hölle und das Leben danach oder so. Tulip weiß über solche Dinge Bescheid. Nicht, nicht als ob hier irgendwer jemals irgendwas in ihrem Laden einkauft. Okay, ich muss los. Wir sehen uns. Carol. Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid. Das war wirklich unhöflich. Willkommen. Willkommen bei Carol's. Ich bin Carol. Ist nicht groß. Gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greta besorgt ihm Lebensmittel. Okay. Und ich kümmere mich um die Zimmer. Es ist so schön, hier mal wieder ein neues Gesicht. Und dazu noch eine so attraktive junge Glatthaut anzutreffen. Ich hoffe, Ihnen gefällt's hier. Ich habe mich kurz gemutet wegen dem Husten. Jemals von einem Kerl namens Gob gehört? Gob? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Gule sind da anders. Aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Er arbeitet in einer Kneipe in Megaton. Er arbeitet für einen kleinen Megaton. Möglicherweise ist er ein Sklaver. Er arbeitet in einer Kneipe in Megaton. Möglicherweise ist er ein Sklaver. Das ist ja furchtbar. Falls Sie wieder einmal dort vorbeikommen, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn vermisse und ihn sehr lieb habe. Aber er darf nicht versuchen zu flüchten. Es ist zu gefährlich. Er sollte bleiben, wo er ist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert. Okay. Ähm, Greta ist die Mitbesitzerin dieses Ladens. Richtig. Sie und ich sind jetzt seit, äh, ungefähr 60 Jahren zusammen. Aber mit Gob's Weggang hat sich alles verändert. Er war wie ein Sohn für mich. Ich glaube, Greta war immer etwas eifersüchtig auf ihn. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte und die wollen Sie mit Sicherheit nicht hören. Nein, Carol, ich würde Ihre Geschichte gerne hören. Na gut, aber es ist nichts Besonderes. Ich wurde 2051 geboren. Bevor Sie also fragen, ja, ich bin ein vorkriegszeitlicher Ghoul. Okay, was war an dem Tag, als der Krieg begann? Ich und mein Vater waren in einem Bunker, als die Bomben fielen. In DC hatte man uns zum Glück gewarnt, nachdem die Westküste vernichtet worden war. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Einen Wurtplatz konnten wir uns nicht leisten und so drängelten wir uns in den Bunker. Mein Vater hielt an, um einer Familie zu helfen und ich sah zu ihm auf und rief seinen Namen und dann war da nur noch dieser gleißende Lichtblitz. Ich erwachte ein paar Stunden später und suchte sofort nach meinem Vater. Er, er war weg. Aber das Merkwürdigste war, sein Schatten war in die Wand gebrannt, so scharf und klar, als ob er neben mir stünde. Die Hitze hatte ihn in den Beton gebrannt. Heftig. Von wegen nicht interessant. Wenn man 200 Jahre lang diese... Ja, ich muss kurz los. Wir unterhalten uns gleich wieder. Ich mache hier jetzt nur ein bisschen Lärm, weil mich hier irgendwo irgendwas... Danke, nervt. Zurück zu dir. Ach, wie ich da... Ja. Hier waren wir stehen geblieben. Hier. Und... Wie war das Ödland nach dem Krieg? Ich wollte nur die Musik loswerden, wegen Copyright und so. Die Stadt stand wochenlang in Flammen. Vielleicht sogar Monate. Ich versteckte mich hier unten im Museum. Es war meinem Bunker am nächsten. Aber ich konnte hören, was oben passierte. Leute, die wie Tiere heulten. Chaos, Plünderung, Mord und Totschlag. Die schlimmsten Albträume wurden wahr. Es war ein Albtraum. Ich... Ich will nicht darüber reden. Und das nach 60 Jahren. Wie bist du zu dem Ghoul geworden? Keine Ahnung, wie es dazu kam. Dr. Barrows sagt, es war die Strahlung. Ich weiß nur, dass immer mehr Leute im Museum auftauchten. Nachdem sich oben alles etwas beruhigt hatte, versuchten wir hier unten zu leben, so gut es eben ging. Aber nach einer Weile geschah etwas Seltsames. Unsere Haut wurde trocken und blätterte ab. Es dauerte eine Weile, Monate, manchmal ein Jahr. Aber früher oder später ging es allen so. Einige von ihnen wurden verrückt. Andere akzeptierten es. Nach einer Weile fanden weitere Ghouli hierher. Und so wurde Underworld immer größer. Niemand belästigte uns hier unten. Uns ging es gut genug und wir ließen sie in Ruhe. Als meine Greater kam, war ich glücklich. Okay. Jetzt aber wirklich. Also von wegen nicht interessant. Wenn man 200 Jahre lang dieselben Geschichten erzählt, fühlt man sich einfach langweilig. Nö, nö, du. Was kannst du mir über Underworld erzählen? Ich bin schon seit der Gründung dieser Stadt hier. Davor, nun, das Leben in der Wüste war nicht besonders angenehm für uns. Aber solange wir hier unten bleiben, leben wir das Leben gewöhnlicher Leute. Nicht das von Monstern. Ich denke, so ist es für alle am besten. Okay. Damit bis bald, ja? Kennen wir auch die Geschichte von Underworld. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen? Solche wie dich gibt es hier unten nicht auf. Kennen wir das ernsthaft. Snowflake. Interessanter Name. Oh. Oh. Hey. Sieh da. Ein Mensch. Mit Haaren. Hey. Ob da wohl was zu machen ist? Äh, über was? Meine Frisur? Genau, Mann. Das ist mein Metier. Ich schneide Haare. Ich weiß, ich weiß, wenn man sich hier umschaut, gibt es nicht viel zum Vorzeigen. Stimmt's? Diese Leichen haben nur einen halben Kopf Haare, sodass ich nie die Chance habe, einen vollen Haarschopf zu frisieren. Kommen Sie schon. Ist umsonst. Hm. Wie wär's mit einem Haarschnitt? Alles klar. Ein voller Haarschopf. Ganz für mich allein. Was darf's denn sein? Dann gucken wir mal. Ähm. Nein. 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 Ähm. Nein. 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 Ja, gegen den Wind. Passt doch. Passt. Fertig. Ja. Mit so jemanden macht man gerne Geschäfte. Ziehst du da drüben dir gerade Chat rein? Nun, ja. Und? Was soll ich denn sonst tun, außer High zu werden? Glauben Sie, dass ich nüchtern sein muss, um Ghoulhaare zu schneiden? Die halbe Arbeit besteht darin, Haut abzurasieren. Denen ist es sowieso wurscht, wie sie aussehen. Sie halten mich nur bei Laune. Wie kam dein Ghoul dazu, Friseur zu werden? Ich bevorzuge Coiffeur. Aber jedem das Seine. Jeder hat eine Begabung. Ich lebte damals in Rivet City. Die Leute hatten genug Geld und ich verdiente gut. Aber als ich mich veränderte, kam keiner mehr. Und so bin ich hier gelandet. Natürlich macht ein Ghoul mit Friseurladen genauso wenig Sinn wie ein Fliegengitter in einem U-Boot. Naja. Scheiß drauf. Dann habe ich einfach mit Jed angefangen. Ist wenigstens ein guter Zeitvertreib. Wissen Sie? Jo. Ich muss los, nur flieg. Und immer nachdenken. Alles umsonst. Nee, nicht umsonst, aber gratis. Du auch wieder hier, Cerberus. Hallo. Das ist ein normaler Ansässiger. Hier haben wir den 9th Circle. Den 9. Kreis der Hölle. Underworld-Ansässiger, Ansässiger, Ansässiger. Wie geht's denn so? Sharon. Sprechen Sie mit Azrukal. Ich wollte nur... Reden Sie mit Azrukal. Was ist das für ein Geruch? Okay. Azrukal. Ach, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal und das ist der 9th Circle. Die Leute haben Probleme und ich habe Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Darf ich dich kurz unterbrechen, Azrukal? Die Leute hier mit ihren... Flieger weg. Wenn ich es aushaben wollte, würde ich es ausschalten. Was für ein trauriger Anblick. Wer ist der Typ in der Ecke da? Das ist Sharon. Sagen wir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Okay. Er ist ein ergebener Mitarbeiter. Was glaubst du? Das ist dann Sklave. Er redet nicht viel, oder? Seine Gesellschaft ist recht erfrischend, nicht wahr? Aber halten Sie seine Einsilbigkeit nicht für Dummheit? Das wäre sehr unklug. Das Unterschätzen eines Gegners war schon für viele ein fataler Fehler. Okay. Was macht er für dich? Passt auf, die Bar auf. Hält die Betrunkenen unter Kontrolle. Im Prinzip muss ich nur auf irgendwas zeigen und schlug und schlägt Sharon zu. Okay, verstanden. Er ist der beste Schläger, den sich ein korrupter Barkeeper wünschen kann. Er geht mir nie mit seinem eigenen Sinn für Moral auf die Nerven. Ja, nee, ist klar, reden wir über was anderes. In Ordnung. Ist das Lincoln Memorial hier irgendwo? Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knachen verkrochen. Ich möchte die echten waren sehen. Was in aller Welt meinen Sie? Die Leute sind auf Chat. Vertrau mir, ich weiß, wovon ich rede. Ah, ein gebildeter Konsument. Kommen Sie mal hier rüber, damit ich Ihnen meinen Vorrat an etwas stärkeren Produkten zeigen kann. Warum versteckst du die Sachen, die du verkaufst? Während in Underworld keine Gesetze walten, will ich lieber nicht Opfer einer Wut entbrannten Meute werden. Es gibt genügend Weltverbesserer hier, den es ähnlich sehen würde, sich in einen fairen Geschäftsabschluss einzumischen. Also wirklich, ich habe das zu verkaufen, das Sie kaufen wollen. Wieso sollte das außer uns irgendwen sonst angehen? Zeig mir einfach die Ware. Was hat er denn schönes? Nur Hilfsmittel, oder? Ja, das dachte ich mir fast. Weißt du was? Dankeschön. Was kannst du mir noch sonst über Underworld erzählen? Es ist der einzige Ort im Ödland der Hauptstadt, wo meinen Leute dem Elend der Welt da oben entgehen können. Und dieses Elend nun, es macht einen Mann wie mich sehr glücklich und sehr, sehr reich. Ein sehr sympathischer Kerl. Ich muss los. Ich freue mich auf den keinen Eindruck. Und bevor du wieder das Radio andrehst, verkrümele ich mich, okay? das war's jetzt, glaube ich, aber auch schon mit Underworld. Ja. Das macht zumindest den Eindruck. die lokale Karte. Kerls Wohnung waren wir der Ausschlachter waren wir. Und dann das Circle waren wir. Ja, wir waren überall. Gut, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier irgendwie Quests kriegen, aber Dem ist anscheinend nicht so. Also, dritte Quest freie Folge in Folge. In Serie könnte man auch sagen, wir gucken mal raus auf die Promenade und es ist sogar ausnahmsweise mal Tag. Ich bin begeistert. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt soweit eigentlich keine Sidequests vor uns. Sehe ich das richtig? Aufgaben. Vor Mikula, da müssten wir runter nach River City, oder? Ja. Acoustia Crossing. Okay, und wissenschaftliche Anstrengungen Zugang zu River City verschaffen. Gut. DH, das heißt, River City können wir die Schnellreise machen. Das werden wir auch tun. Wir sind wieder hier und wie üblich die Texturen sind noch nicht mit gekommen. Zumindest nicht alle lustigerweise. Naja, egal. DH, das heißt, wir haben jetzt Underworld durch, haben wieder neue Händler und einen neuen Alt Metall Abnehmer, so könnte man sagen. Und damit würde ich jetzt die heutige Folge mal beenden. Wir haben ja auch schon fast 30 Minuten. Ich sage danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oder einen Like da oder am besten beides. Abo schadet auch nicht. Wir werden das nächste Mal jetzt einfach mal mit der Mainquest weitermachen und mal sehen, wo uns das so hinbringt. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Fuchsi im Ötland der Hauptstadt Fallout 3. Macht's gut, ciao.